Dieses Land ist verflucht. Was weckt die Toten aus ihrem Schlag? Eure Seelen sind befreit. Die kalte Erde heißt die widerlichen Körper dieser erbarmungslosen Männer willkommen. Sie planten, ihr Leben durch verbotene Magie zu verlängern, zu einem großen und grausamen Preis für andere. Das Böse in ihnen näherte sich an sich selbst, bis es sie alle verzehrt hatte und sie sich am falschen Ende des Galgens wiederfanden.